Das mache ich schon mal ganz gerne, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Fahre ich schon mal hoch zum Rewe und stelle mich hier einfach auf den Parkplatz. Da kannst du schön gucken. Unten ist der Kreisverkehr, fahren die Autos immer schön im Kreis. Dann kommen schon mal die Mädchen und zeigen die nackten Beine. Hier nebenan, da stehen schon mal die Weiber und erzählen sich Geschichten von der Pia und von Lukas und von der Mia. Da hörst du schon mal, dass die Pia ein neues Pferd gekriegt hat. Und der Lukas hat das Fahrrad kaputt gefahren, Klingel abgefallen und solche Sachen. Da stehe ich schon mal ganz gerne, eine halbe Stunde hier, ein bisschen gucken. Wunderbare Sache. So, habe ich heute das erste Mal, das erste Mal bewusst entdeckt hier im Japaner vom Alten, hier oben an der Sonnenblende, Sonnenklappe oder wie das Ding da heißt, dass da auch Französisch draufsteht. War damals als Student, war ich ja der geborene Franzmann. Sagte damals auch die Professorin immer zu mir, Reynus, du bist der geborene Franzmann. Von allen Leuten hier im Kurs höre ich dir am liebsten zu, wenn du französische Texte vorliest. So, da will ich mal eben ganz kurz hier wiedergeben, was hier auf der Sonnenklappe steht hier. Das ist auch eine gute Erfindung. Wenn die Sonne nicht scheint, dann kannst du das hoch machen. Und wenn die Sonne scheint, so, hier guck hier oben, da, dann kannst du das so runter machen. Und dann hast du nicht mehr so viel Sonne. Die Erfindung ist gut. So, jetzt mache ich die Klappe aber wieder hoch, damit ich das mal vorlesen kann, was hier steht. Und zwar steht da irgendwas über den Airbag oder sowas, über die Kinder. Und zwar, il i arisque de mort ou de blessures graves. Und dann heißt das da noch, les enfants de 12 ans et moins poivent etre tu es parle cousin gonflable. Also, wenn das jetzt meine Professurin von damals gehört hätte, die hätte bestimmt wieder einen nassen Schlüpfer gekriegt. Das war gut. So, und jetzt geht es nochmal zurück in den Rewe-Markt. Ich brauche noch eine Flasche Bier. Und Tschüss.